In einem der letzten Kapitel ließ Mihawk Peronazin mit den Worten, dass es wohl besser so sei. Auf der Reverie würden merkwürdige Dinge passieren. Eines dieser Dinge könnte es sein, dass die Reverie nun entschieden hat das Shichibukai System abzuschalten. Wie wir wissen gibt es einige Leute, die das System der 7 Samurai nicht mögen, so wie z.B. Fujitora und nun hat ja auch noch Wegepunk-Pazifister erschaffen, die die 7 Samurai ersetzen sollen. Doch was passiert, wenn dies nun wirklich auf der Reverie beschlossen wurde? Na klar, die Kopfgelder der ehemaligen Samurai werden wieder reaktiviert und sie sind wieder Piraten wie alle anderen, gejagt von Kopfgeldjägern und der Marine. Zudem kommt, dass das System der 7 Samurai in letzter Zeit nicht mehr funktioniert hat. Sir Crocodile wollte einen eigenen Staat gründen, Doflamingo machte Machenschaften mit Piraten und unterjochte Dressrosa, Kuma verriet die Marine, der ein Rebo war und wurde zum Cyborg umgebaut, Boa Hancock half der Marine nicht wirklich im Kampf gegen Whitebeard, Mihawk macht nur das worauf er Bock hat und Blackbeard nutzte seinen Titel nur aus, um Level 6 Gefangene aus Impel Down für seine Crew zu bekommen. Nun stellt sich die Frage, da ja die 7 Samurai öfters auf Mary Chiruisee waren und möglichweise auch das ein oder andere Detail gesehen haben oder vielleicht sogar über ein paar Pläne der Weltregierung Bescheid wissen, könnte man nun versuchen diese auszuschalten, damit sie ihr Wissen nicht gegen die Weltregierung richten können. Doch wen sendet die Weltregierung aus, um Shichibukas zu töten? Dies sollte möglichst ohne viel Aufsehen gemacht werden und zudem müssen diese Charaktere eine gewisse Grundstärke haben. Hier tippe ich mal auf die CP Zero. Wäre doch interessant falls zum Beispiel Eki und Luchi zu Mihawk gehen und wir ein Schwertduell zwischen Mihawk und Eki sehen könnten. Immerhin hatten auch Zoro und Eki ihr Duell und könnte uns nochmal gezeigt werden so, dass Mihawk noch deutlich stärker ist als Zoro, sollte er gegen Eki gewinnen. Was haltet ihr von dieser kleinen Idee? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein, ciao!